Hallöchen, wir sind heute unterwegs für SpotoView und testen Mario und Rebets im Kingdom Battle. Wir sind mal sehr gespannt, es ist sehr lustig. Wir haben beide noch keine Switch gespielt, für uns ist das beides so ein bisschen alles neu landet. Aber es ist total cool und macht auf jeden Fall Spaß. Und wir zeigen euch heute einen Eindruck davon. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.